Peter Klein und Yvonne Wölke, Paar-Outing auf dem Red Carpet Überraschender Auftritt in Berlin Peter Klein und Yvonne Wölke erschienen im Partnerkostüm auf der Halloween-Party von Denise und Hennig Merten. Ist das jetzt das offizielle Liebes-Outing? Seit Monaten wird spekuliert, ob Peter Klein und Yvonne Wölke ein Paar sind. Nachdem sich beide in Australien kennenlernten, ging seine Ehe mit Ex-Frau Iris in die Brüche. Sie warf den beiden immer wieder eine Affäre vor. Dabei beteuerten Peter und Yvonne bei jeder Gelegenheit, dass sie nur gute Freunde sind. Hat sich das mittlerweile geändert? Yvonne Wölke und Peter Klein zeigen sich als Paar. Auf der Halloween-Party von Denise und Hennig Merten in Berlin erschienen Peter und Yvonne im Pärchenkostüm. Er als Teufel, sie als schwarzes Engelchen. Auf die Frage von Sender RTL, ob die beiden sich mit ihren Verkleidungen abgesprochen hätten, scherzte sie, ja, eigentlich schon, du bist der Teufel wie immer und ich ein Engelchen. Woraufhin Peter stichelte, vertauschte Rollen. Doch wie sagt man so schön, was sich neckt, das liebt sich. Ist der gemeinsame Auftritt endlich das Liebes-Outing, auf das alle gewartet haben? Best Friends, stellte Yvonne wenig später klar. Auch für Peter ist der Beziehungsstatus klar, egal, wie oft ihr fragt, da wird sich momentan nichts dran ändern. Beziehungsstatus 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 Beziehungsstatus